So, wir haben jetzt eine Übung zur Reaktion und Koordination. Es ist eine Partnerübung. Ihr braucht dazu einen Ball, möglichst einen kleinen Ball. Jetzt ziehen wir den Ball zu und sagen, mit welcher Hand er den Ball fangen soll. Rechts. Dann wirft mir den Ball wieder links hin. Rechts. Viel Spaß beim Ausprobieren. Jetzt als Steigerung für euch machen wir es so, dass ihr immer die Seite, die ich ansage, den Fuß stellt ihr nach vorne. Und mit der gegensetzten Hand fangt ihr den Ball. Rechts. Rechts. Links. Links. Wie ihr seht, bei uns funktioniert es auch nicht immer. Probiert das mal zu Hause aus. Spaß dabei. Jetzt brauchen wir zwei Bälle und wieder ein Partner. Und zwar funktioniert das so, Malte wirft mir in diesem Fall mal den Ball zu. Ich werfe meinen hoch, fange den vom Malte, werfe den wieder zurück und fange dann meinen eigenen. Ich hoffe es klappt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.